hallo leute und willkommen zurück ich bin es wie immer jan und ja hier ist mw2 frei für alle auf skildrow keine ahnung wie es ausgesprochen wird und ja ich sag jetzt mal nix zu klasse oder so außer eben schnell die killstreaks weil die könnt ihr ja nicht sehen sonst eigentlich alles und zwar drohne predator und harry gut ich wollte mal kurz was sagen und zwar dass ich nie wieder treffen werde was nie wieder ein spiel weil ich hatte warum treffe ich nicht nein dann blendet er mich egal auf jeden fall wollte ich sagen dass ich nie wieder ein spiel gut reden werde wenn ich nicht ein netz test mache weil ich habe jetzt zweimal versucht aufzunehmen einmal habe ich dann eine lobby ohne aufnehmen gespielt das hätte ich leider aufnehmen müssen weil das wäre eigentlich gut gewesen und zwar habe ich das habe ich gesagt also ich fasse jetzt mal kurz dass mw2 gar nicht so schlimm ist und ich es schon mal gedacht hätte und ich mehr anläufe brauchen meistens für ein game was halt doof ist aber gut das ist jetzt die kurzfassung und zwar habe ich das auch gesagt nur halt ich glaube ein bisschen länger ich weiß nicht was ich dazu noch gesagt habe auf jeden fall treffe ich gar nicht das scheiße ja auf jeden fall weil ich habe gesagt so schlimm ist es gar nicht und was passiert ich habe in den einen game einen der auf der primärwaffe noobtube hat dann als zweitwaffe hat er noobtube und er holt mich ich habe mich einfach die ganze zeit geholt und das schlimme war ich stand 70 oder so und nein nicht 70 71 keine ahnung weiß ich nicht genau auf jeden fall war ich nicht so schlecht und ja genau das passiert dann und dann nachher hatte ich einen sniper mit taktikeinstieg und shotgun und was weiß ich nicht alles und ja deswegen werde ich nie wieder ein spiel gut reden aber ja es stimmt trotzdem dass mw2 nicht so schlimm ist und ich hoffe dass das jetzt auch klappen wird aber ich werde nie wieder in der aufnahme ein spiel gut reden weil ich genau nicht will dass sowas passiert ich jetzt gut und wir ficken dich am arsch ist das spiel gut und aua was war das von nato scheinlich oder ok der ist schon tot ich schmeiß mal schnell die drohne an ich habe gerade angst nein jetzt stelle ich von hinten ich weiß es ich ich sie es kommen ich bin tot nein ich bin nicht tot what da ist einer da kommt gleich einer ich habe auf der drohne gesehen bitte komm her scheiße nein ich hoffe es gut sorry wenn ich jetzt gerade kämpfe aber ich sehe dass die hier da alle sind und deswegen habe ich gerade angst ein bisschen oder das ist angst ich bin aufgeregt aber da kommt einer ich traue mich jetzt gerade gar nicht mehr raus das ist scheiße weil ich hätte da hinten steht einer da hinten irgendwo ich lauf einfach ja ich bin schon viel weiter gekommen aber ich kann mir die UMP hier aufheben das ist nice oder gerade ein Gegner was du willst jetzt wenn ich jetzt auch nicht weiter laufe dann finde ich jetzt auch keinen Gegner mehr und dann kriege ich auch keine Punkte mehr aber ich traue mich halt wie gesagt auch nicht raus weil ich denke dass da einer kämpft ich wusste es ich habe den Kopf gesehen aber er hat mich nicht gekriegt das ist gut ich bin so schlecht läuft es gerade nicht 30 300 300 und warum ganz ehrlich danke dass du da gekämpft hast und zweitens wieso habe ich nicht getroffen ihr habt es doch gesehen ich war genau auf ihn drauf also das muss irgendwie ein lag gewesen sein ich war hundertprozentig perfekt auf ihn drauf warte ich komme mal ne ping ist ok ich habe keine ahnung was das ist oh oh nein warum bin ich gesprungen ich wollte mich hinlegen scheiße ok ich fehl gerade ein bisschen da kommt gleich einer und jetzt gleich kommt einer von hinten ich sehe es kommen jetzt von der seite scheiße ne nicht mal von der seite aber von der seite wurde ich auch angeschossen Mann ich bin gerade irgendwie keine ahnung wieso ich zitter gerade auch ein bisschen ja was heißt zittern aber ich bin auf jeden fall ein bisschen aufgeregt und keine ahnung wieso normal bin ich das nicht mir ist ja im prinzip auch egal ob ich gewinne oder verliere auch wenn es gewinnen schön wäre und alter ich treffe manchmal nicht obwohl ich genau auf den drauf bin ihr seht das doch so ich spiele jetzt mal ein bisschen passiv ey würde ich mehr gegner finden dann könnte ich das hier vielleicht auch locker gewinnen weil es stand gerade so lange 300 zu 300 und deswegen aber ja puh ich weiß auch nicht wieso ich gerade so aufgeregt bin und wieso ich nicht treffe das weiß ich auch nicht das läuft gerade hier hm es läuft nicht unbedingt schlecht aber ich kann auch nicht gerade sagen dass es unbedingt gut läuft so nice ich dürfte jetzt gleich oh ja noch einer müsste ich Predator haben scheiße wo nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht ich sehe es komm guck die fliegt genau auf mich zu ich hasse es scheiße warum muss die genau auf mich fliegen man ich war einfach Predator und dann fliegt so eine fette Predator auf mich zu naja ich habe es nicht anders verdient oder ich hoffe jetzt ist keiner hinter mir ja danke dass du einen Taktikangestieg hingestellt hast finde ich nicht schlecht dafür habe ich dich gekillt zweimal danke dafür irgendwie ja gut er dachte wahrscheinlich dass er von da hinten gekillt wird und deswegen hat er ihn hingestellt aber naja er hat es zu spüren bekommen ne ja jetzt traue ich mich hier wieder nicht direkt raus eigentlich weil alter das hat seht ihr das hier ist manchmal zwischendurch Zeitlupe das heißt irgendeiner muss hier legen wahrscheinlich der Host dann logischerweise wow nice nein Materium boah der Host muss irgendwie legen aber na gut solange ich nicht deswegen äh sterbe ist alles ok Predator habe ich geschafft die trifft natürlich nichts weil ich direkt einfach abgefeuert habe ich hätte vielleicht gucken sollen ob ich was treffen kann äh leichter Fail aber egal scheiße man ach komm jetzt hat er da gecampt egal war ein von Harry ja wäre schön gewesen wenn ich den gekriegt hätte aber was soll man machen wow alter nein dann hat er mich geneift kacke 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 tsch mann ich aah ich weiß gar nicht wieso ich grad so aufgeregt bin und außerdem warum ich grad so fail und ach scheiße man so wieder Zeitlupe ey das muss ein mega Host hier sein ach komm das wird so ein knappes Game aah ok da sind Vorräte nein wieso habe ich ich oh der hat mir einen Instant Headshot gegeben scheiße ach man was ist grad los bei mir ich glaub ich kapiere das echt nicht alter diese Legs ist irgendwie lustig aber oh nicht gut für mich ja ich war mir jetzt nicht sicher ob er jetzt da hinkommt oder nicht shitte ich weiß echt nicht was grad mit mir los ist das ist echt nervig weil so kann man nicht gut spielen muss ich sagen wenn man so ein bisschen zittert oder wenn man halt aufgeregt ist und ja ich bin nicht sicher aber irgendwie hab ich das Gefühl als bin ich grad wirklich von den Necks gestorben weil 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 keine Ahnung oh shit jetzt wurde ich wieder geneift man okay das Kommentar ist jetzt ein bisschen komisch grad äh ich hoffe das verzeiht ihr mir mal ich weiß auch nicht was grad irgendwie irgendwie ist grad irgendwie komisch aber egal was soll man machen ne geil geblendet jetzt werde ich gleich sterben oder auch nicht oh gut haben ihn getroffen hab einfach mal reingeschossen nice ja ich häng jetzt ein bisschen hinten wo ich bleib jetzt kurz im Haus wegen der Predator gut ich hab jetzt ein ich stehe jetzt 100 Punkte Rückstand aber keine Ahnung ich bin grad echt komisch spiel grad komisch keine Ahnung was mit mir los ist grad echt nicht aber gut ich muss nicht unbedingt erster werden also das ist nicht mein Ziel unbedingt erster zu werden ist zwar schön ist meistens auch das Gameplay schöner aber ja das war klar egal aber ist es wie gesagt nicht unbedingt mein Ziel auch wenn es schön wär das Spiel ist jetzt einfach schnell zu Ende wow wow okay nice good job oh lol ich hab den getötet weil ich ihn damit abgeworfen hab wie er perfekt dann reingelaufen ist okay das war lustig okay hier komm da kommt gleich einer scheiße bist du runter gesprungen wo ist der hingegangen äh nein nein oh das war scheiße das war doch ah Mist es wird ein ja das gewinn ich glaube ich nicht mehr es ist auf jeden Fall trotzdem ein knappes Game würde ich sagen ich guck jetzt lieber nicht meinen Score an ah shitte hm jetzt ist die Zeit auch gleich ab so 4 Kills brauche ich noch der erste braucht nur noch 2 ok keine Muni mehr shitte ja ihr seht ich oder hörts merkt dass ich mich grad ein bisschen konzentriere und hinter mir verdammt komm ich muss noch 2 killen 2 und dann muss ich das halten wenn der erste nichts mehr killt dann hab ich gewonnen nein wieso oh schmerzmittel und ach so ein noch ein noch dann kann ich noch erster werden dann kommt es auf die Tode drauf an wer die meisten Tode hat bitte 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 kill kill shitte verdammt egal zweiter bin ich geworden ist würde ich sagen eigentlich ein ganz schönes Gameplay eigentlich geworden äh ja ich weiß auch nicht was mit mir los ist wenn ich jetzt nicht so drauf gewesen wäre wäre es vielleicht noch besser geworden äh keine Ahnung was los war ähm ja auf jeden Fall ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe das nächste wird nicht so komisch werden das nächste Commentary und ja hab jetzt überziehs grad weil ich hier noch drin bin aber ist jetzt egal ich hoffe es hat euch gefallen und ich sag's wie immer tschüss bis zum nächsten Mal er